Hallo und herzlich willkommen bei Pokeinvestments, eurem YouTube-Kanal für Pokemon Investment-Tipps. Mein Name ist Manuel und ihr habt hier in dieses Video reingeschaltet, weil euch das Erfolgsgeheimnis rund um Pokemon Investments interessiert. Meine, ja, mein Erfolgsrezept, meine Geheimformel sozusagen. Und diese besteht aus vielen verschiedenen Gedankengängen plus Learnings, die ich jetzt gerade aktuell selber gemacht habe und, ja, Dinge, die ich einfach zuvor in der Vergangenheit nicht richtig auf dem Schirm hatte. Und ich dachte mir an dieser Stelle, das muss ich euch natürlich irgendwie weitergeben. Und es ist natürlich auch wieder ganz, ganz wichtig, dass ihr mir eure Meinung dazu in die Kommentare reinschreibt, wie ihr über meine Gedankengänge denkt und meine Learnings und das, was ich hier in diesem Video als Input quasi an euch weitergebe. Und ich hoffe, dass ich an alles denke. Und wir fangen mal mit dem allerersten großen Learning an. Du bist nicht der Käufer. Was meine ich damit? Wir Menschen neigen dazu, jetzt wird es ein bisschen philosophisch, Vorsicht, von uns selber auf unsere Mitmenschen zu schließen. Jetzt gibt es vielleicht die einen oder anderen, die sagen, ne, mache ich nicht, überhaupt nicht. Glückwunsch, sehr gut. Ja, ich habe es in der Vergangenheit sehr, sehr oft gemacht. Und ich mache es auch aus dem Impuls heraus, so aus Reflex mache ich es oft immer noch. Ich muss mich immer selber daran erinnern. Hey, guck mal, ja, nur weil du handelst, wie du handelst, heißt es nicht, dass andere Menschen genauso handeln wie du. So, alle Menschen hier auf dem, auf der Welt sind unterschiedlich. Ja, handeln verschieden, nach eigenen Mustern, nach eigenen Regeln. Ja, nicht wie du denkst, dass sie es tun. So, das kann man auf alles übertragen und natürlich auch darauf, wie viel Geld jemand letztendlich bereit ist, für ein Display zu bezahlen. Ich habe jetzt mal, und das mache ich hier an diesem Anfang, an diesem Anfangspunkt, das Ganze mit Teams sind Trumpf, mit diesem schönen Display. Und ihr seht ja, für wie viel das letztendlich hier so über den Ladentheken geht. Auf Deutsch, da ist es noch nicht so viel wert, wie auf Englisch. Aber, was ich spannend finde, das ist so, also sind die einzigen Sales, die ich jetzt hier in den letzten Monaten sehe, zu diesem Display auf Ebay im europäischen Raum. Ja, ich hatte, glaube ich, sogar hier auch nur Deutschland angeklickt. Ähm, ich kann ja hier nochmal, wobei, nee, ich habe Standard, ich kann ja mal hier, ähm, Europäische Union kann ich anmachen, aber da passiert auch nicht mehr. Klar, in Amerika werden es mehr sein, ja, und da werden natürlich keine deutschen Displays dann verkauft, sondern amerikanische oder englische in dem Fall. So, und das fand ich spannend, ja, weil letztendlich, wir als Investoren sind höchstwahrscheinlich nicht die Menschen in erster Linie, die sich sagen, bei 1.231,54 Euro, ich gehe jetzt in Teams sind Trumpf rein. Und falls doch, sind das vielleicht nicht, ja, wie sagt man, die Gründe einer Investition, die uns jetzt dazu hinleiten würden, so eine Summe für so ein Display zu kaufen, für so einen Preis, sondern gegebenenfalls, ja, die, 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 die Leidenschaft zum Sammeln, ja, oder die Leidenschaft am Pokémon, am Hobby überhaupt, ja, weil auch ich denke mir jetzt so, ah, so ein Display vielleicht, also so ältere Displays aus der Sonne- und Mond-Ära, äh, wären cool einfach, die in der Sammlung zu haben, da geht es mir gar nicht primär darum, dass die jetzt groß, äh, Rendite abwerfen. So, okay, aber das ist bei mir dann vielleicht so, heißt nicht, dass es bei euch so ist. Es geht nur darum, gerade ein bisschen Awareness zu schaffen, mal diesen Gedanken zu denken. Genauso, wie wenn man reingeht und sagt, okay, ich investiere beispielsweise in sowas, ja, was ist das? Ich weiß, viele von euch werden hier mit dieser Boosterbox nichts anfangen können. Rapid Strike Master Boosterbox, 66 verfügbare Artikel, ja, hier auch ein gutes Beispiel, dass niedrige Verfügbarkeit nicht gleich heißt, ja, dass letztendlich ein Display im Preis nach oben geht. Das muss nicht sein. Es kann sein, dass es hier vom Angebot her nach oben geht. Heißt aber noch lange nicht, dass es auch für diesen Preis verkauft wird. Ich stelle mir also, und das ist jetzt auch so ein Learning, was ich habe, ja, wenn ich mir ein Produkt zur Seite lege, investiere, stelle mir die Frage, bin ich bereit? Ja, oder kann ich mir vorstellen, das ist besser, kann ich mir vorstellen, aus der Sicht eines Käufers, ja, ganz egal ob Investor oder Sammler, Ja, weil, man glaubt es nicht, aber viele Sammler kaufen sich solche Displays, beispielsweise hier auch so ein, ein japanisches, die ihre Sammlung beispielsweise, ja, vervollständigen wollen. So, das als Beispiel, ja, wer sind denn überhaupt die Käufer letztendlich in ein, zwei, drei Jahren, die dieses Produkt kaufen? Ja, wie sehen die aus? Und wo, glaube ich, könnte eine Grenze sein, die beispielsweise mir in meiner Vorstellung, ja, wie sagt man, die da ist, wo ich sage, diesen Preis, ja, da wird es schwierig für einen Käufer zu finden, ja, weil letztendlich umso teurer ein Produkt wird, desto schwieriger ist es letztendlich, das auch verkauft zu bekommen. Damit das passiert, brauchen wir einen Fall wie diesen hier, beispielsweise bei Evolving Skies, heißt ein Produkt, was von der Setlist beispielsweise extrem attraktiv ist, in aller Munde ist, ja, und was auch bei so einem hohen Preis immer noch Käufer findet. So, genauso wie bei Team Up, ja, das beste Display der Sonne- und Mond-Ära. Man sieht, man findet Käufer auch bei Summen, wo es sehr viele von euch bestimmt gibt, die sagen, nee, niemals würde ich so viel Geld für ein einzelnes Display ausgeben. So, jetzt gerade haben wir ja die Situation, die Leute rennen Evolving Skies hinterher und schießen hier 530 Euro in dieses Display. Ich persönlich denke mir, okay, ja, alles fein, aber wenn man so eine große Summe hat letztendlich, ja, ich sage jetzt nichts, es richtet sich jetzt rein aus Investorensicht, ja, wenn man dieses Display schon in seiner Sammlung ein, zwei Maler hat, dann kann ich jetzt nicht verstehen, dass man hier nochmal zu diesem Preis nachkauft. Zum jetzigen Zeitpunkt, warum zum jetzigen Zeitpunkt? Weil zum jetzigen Zeitpunkt es viel bessere Möglichkeiten gibt, sein Kapital einzusetzen. Ich denke, ich muss nicht sagen, in was für ein Display beispielsweise oder in welche Produkte, als Stichwort japanisch, ja, oder Silver Tempest, ja. Diese Displays sind beispielsweise jetzt gerade noch relativ erschwinglich. So, was war das denn hier für ein Display, was ich eben gezeigt hatte? Das ist eines der zwei Displays im Japanischen, die zusammen Kampfstile bzw. Battlestyles abbilden. Ja, Battlestyles sowieso hier auch in der Verfügbarkeit. Ja, sehr gering, heißt nicht, dass es im Preis nach oben geht. Es ist natürlich jetzt schon gestiegen, aber verhältnismäßig nicht so doll wie bei einem Lost Origin beispielsweise, ja, wo es auch nochmal ein Reprint gab. Das zeigt, okay, hier haben wir verhältnismäßig geringe Nachfrage. Ja, man kriegt ein Gefühl dafür irgendwann auch, wie viel Nachfrage nach einem Produkt da ist. Das kommt von ganz allein. Und da kann man dann auch letztendlich gut einschätzen, okay, angenommen, es vergehen zwei, drei Jahre, wie viel Nachfrage wird da sein? Wie viel Liquidität ist im Markt letztendlich gegeben, die es mir dann auch ermöglicht, dieses Display letztendlich auch zu verkaufen? Weil das ist ja auch eine Sache, über die wir reden müssen. Ja, nicht nur über das Investieren als solches, jetzt, im Hier und Jetzt, sondern was machen wir denn in zwei, drei, vier, fünf, sechs Jahren, wenn wir wirklich hier hingehen wollen und sagen, okay, wir wollen dieses Display jetzt verkaufen? Ich persönlich, zumindest ist das jetzt der Fall, würde sagen, ich gehe auf Ebay und hau das da raus und dann wird das schon den Käufer finden. Ja, sicher. So, aber man muss auch hier sagen, ja, vorausgesetzt, man macht das per Auktion, dann sollte das kein Problem sein. Ja, es ist schwierig dann, den vollen Marktpreis letztendlich zu bekommen. So, es ist leichter, einen vollen Marktpreis zu bekommen mit einem Produkt, welches beispielsweise nach wie vor gute Liquidität vorweist. Ja, das sind dann Displays, die sehr, sehr beliebt sind, über die immer noch gesprochen werden, auch nach drei, vier, fünf Jahren. So, da ist es leichter, so einen Vollpreis, sage ich mal, zu erzielen, wie jetzt beispielsweise bei hier, ne, oder hier, wo es jetzt schon Schwierigkeiten gibt. Dessen müsst ihr euch bewusst sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Ihr müsst euch dessen nur bewusst sein. Heißt nicht, dass es gleich jetzt heißt, okay, nur weil da wenig Liquidität vielleicht jetzt schon am Markt ist, dass es in der Zukunft so sein muss. Es kann sein, ja, es ist einfach nur so ein Gedankenspiel, gerade an meiner Stelle, einfach um Awareness zu schaffen. Aber das ist für mich ganz wichtig, dass man sich damit halt beschäftigt. Ja, gerade wenn man mehrere Euronen in, ja, solch ein spekulatives Asset reinstreut, was es ja am Ende des Tages immer noch ist. So, gerade wenn es hier um Japanisch geht, wo es auch, und das müssen wir auch sagen, noch mal mehr volatil ist, ja, auch gerade was die Nachfrage anbelangt, als im Englischen. Ja, im Englischen haben wir immer eine gewisse große Nachfrage, die da ist, und von der hatte ich auch im letzten Video gesprochen, einfach, weil wir englische Produkte oder deutsche Produkte haben, die, wenn wir in Deutschland wohnen, ja, bei deutschen Produkten relativ schnell verkäuflich sind. Ja, in Deutschland gibt es sehr, sehr viele deutsche Sammler, die gewisse Displays kaufen oder Interesse dafür haben oder auch, ja, Investoren oder irgendwelche Menschen dazwischen, die ich jetzt nicht gerade stereotypisch einkategorisieren kann, ja, die sich aber trotzdem dafür begeistern und das vielleicht einfach nur öffnen wollen. Ja, die Leute, die öffnen, gibt es natürlich auch, YouTuber und so weiter. Ja, die sind dann so ein Mix zwischen Investoren, Öffner und Sammler. Ja, so, genau, aber das ist halt auch noch dieser Punkt, ja, bei englischen Displays, klar, wir haben hier eine viel höhere Abnehmerschaft als bei deutschen Displays oder auch bei japanischen. Ganz klar, japanisch ist noch viel nischiger als deutsch beispielsweise, ja, gerade wenn wir hier in Deutschland sitzen, ja, und uns der deutsche Markt quasi, ja, gegenüber sitzt. So, das muss man sich einfach bewusst sein. So, und wenn man sich dessen allen bewusst ist, sich diese richtigen Fragen stellt und wichtigen Fragen stellt, so, und sich bewusst ist, okay, ich mache jetzt dieses Investment und so und so sieht das Produkt für mich aus, dann macht man ein erfolgreiches, meiner Meinung nach. Nicht nur für sich selbst, sondern höchstwahrscheinlich auch letztendlich für seinen Geldbeutel in der Zukunft. So, das ist meine persönliche Meinung. Jetzt könnt ihr mir gerne sagen, wie ihr das seht, wie ihr dazu steht und wie ihr vielleicht jetzt gerade auch investieren würdet, ob ihr euch andere Fragen stellt als die, die ich jetzt gerade in diesem Video so ein bisschen, ja, in den Raum geworfen habe. Es würde mich wirklich sehr interessieren und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Denkt dran, lasst einen Like da, tut nicht weh, supportet mich ungemein und, ja, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin und ciao.